Ja, 5, 7, 8, 9. Ach nee, halt. Der hier ist noch durchgehend. Der ist noch durchgehend hier oben. Das ist aber eine schnelle Pause. Ja. Warum ist das hier so? Aha. Hast du noch gemeißelte Steine mit? Ja. Aber nicht mehr viel, aber ich mach welche hier. Ja. Ich ja gerade nicht. Nimm doch mal. Geht jetzt? Passte? Ja. Oder? Gut. Ja? Jetzt müsstest du sie haben. Ja, sieht gut aus. Gut, okay. Dankeschön. Wetteschön. Wetteschön. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, so ist es richtig. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, warum habe ich hier nur 8? Wieso sind es hier nur 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ach. Hä? Moment mal. Moment mal. Moment mal. Moment. doch okay fangen wir mal ab hier an so und hier 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 So, dann kommt hier ja auch wieder. So. Neun. Okay, jetzt muss ich sowieso runter. Okay. 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 Ich bin zur Zeit gewundert, warum das hier anders ist. Ja. Und, was war's? Falscher Fehler war's. Falscher Fehler? Ja. Das ist ja doof, ne? Das ist total doof. Falsche Fehler sind die schlimmsten überhaupt. Jetzt komm ich zu, dir und du haus ab. Ja, ja. Ja, ich verschwinde mal hier um die Ecke und setz eine Treppe, geschickterweise. Ja, ja, ja. So. Hamas jetzt? Ja, jetzt haben wir's. Nochmal zwei. Flups, flups. Eins. Flups. Eins, zwei. Damit man hier nicht so runterstürzt. Nochmal ein bisschen was hin. Ein bisschen Schwund ist immer, ne? Und wenn wir das dann haben, und das soweit richtig ist, dann müssen wir die Ecken gestalten. Okay. Und zwar Die Höhe ist richtig. Da hast du geguckt, ja? Ich hab mich dem anderen angepasst, ja. Gut, die Höhe stimmt. Nochmal versichern, dass das richtig ist. Dann Ecken machen. Drei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Fünf, sechs, acht, neun, fünf. Neun. Korrekt. Ich habe mir mal ein bisschen Erde geklaut. Ja, ich hätte ja auch Erde geben können. Ich glaube, noch im Inventar. So. Oh, ich brauche wieder Steinzäune. Oh. 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 glaub uns in der bruchstein aus wer hätte das gedacht der berg war nicht groß genug hattest du im keller noch welche oder hast du den schon geholt im keller ist noch okay